Er ist heute geworden bei der WM, ganz knapp an der Medaille vorbei. Er war Knüter gestern bei der ersten Abfahrt hier in Garmisch-Partenkirchen und heute hat er seinen ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere gefeiert. Hier ist er, er kommt aus Kanada, Eric Dui! Der Preis für den Sieger des heutigen Abfahrt wird übergeben vom DSB-Präsidenten Alfon Pjörmann. Sie hören nun die Hymnen des Siegerlandes Kanada. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020